Und fast noch vergessen, wir gehen einmal kurz auf den Regen-Side.TV-Server. Ein Dominator, der die 4 Elemente essenziell der Welt. Und damals, wo ich gebannt worden bin, gab es noch nicht mal Replays. Das heißt, Sie können halt nicht mal nachgucken. Und ich bin einfach grundlos auf Revy für Hacking permanent gebannt. Ja, in meinen Bannesanträgen habe ich auch alles schon beschrieben oder so. Aber ich habe wahrscheinlich überhaupt keine Chance mehr, irgendwie auf Revy im Bann zu werden. Mit der einfachen Begründung, man hätte sich zwei Wochen nach dem Bann melden sollen. Und da es damit keine Replays gibt oder so, ist jetzt auch kein Beweis mehr da. Aber Sie müssen das nur für zwei Wochen diesen Beweis behalten. Und das bedeutet, wenn ich halt noch einen Beweis frage oder so, ist dann nichts. Weil ich bin jetzt einfach grundlos auf Revy gebannt. Ja, und werde auch nicht wieder entbannt. Deswegen überlege ich euch jetzt, ob ich auf Revy Bannunggierungen mache. Oder allgemein gar keine Videos auf Revy, weil ich finde, Neurox Race und Kyodo ersetzen so oder so so ein bisschen den Revy-Server. Und meines Erachtens nach ist das Kyodo-Team auch wesentlich kompetenter. Also aus lediglich meiner Erfahrung und nicht der allgemeinen Erfahrung. Ich habe hier zum Beispiel nach meiner Premium Plus Anfrage, habe ich insgesamt, das hat vielleicht zwei Minuten gedauert, hat drei Minuten gedauert. Dann hatte ich die Antwort nach meiner YouTuber Anfrage, hat das ebenso nur drei, vier Minuten gedauert. Dann hatte ich die Anfrage und ja, mit der Brennvergabe oder dem Support soll es hier allgemein auf Kyodo ziemlich schnell sein. Und ja, das ist aber wie gesagt nur meine eigene Meinung zu Revy ETC. Und ja, das ist halt nur meine eigene Meinung, dass Kyodo so oder so ein besserer Server ist, weil er auch ein bisschen mehr auf die Community eingeht. Und ich finde, Kyodo entwickelt sich meines Erachtens nach noch weiter und Revy gar nicht mehr. Kann einer warten, ja komm. Dann warte ich mal. Hm, jetzt soll er warten. Okay, dann gehe ich einfach auf ihn. Okay, dann gehe ich mal. Wer übrigens noch irgendwelche Fragen hat, wer ist das Backy? Das hier ist das Vermis 20k-Pack. Ja, könnt auch mal alle einen auch reinzappen. Bei 20k wird das Back dann halt kommen. Und er fliegt einfach nicht aus dem Block aus. Und ja, soweit zu dem Thema, dass ich von Revy permanent gebannt werde und auch keine Chance habe, irgendwie wieder entbannt zu werden. Ihr könnt ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Server ihr halt am liebsten jetzt Videos sehen würdet. Also Kyodo, Revy mit anderen Umgehungen halt oder Nährungsflays oder halt Gome-BW, was euch am liebsten wäre vom BW. Es werden in Zukunft auch noch CB-Videos kommen und es wird auch bald ein neues Format kommen. Was es in dieser Form auf YouTube noch nicht wirklich als Format gibt. Aber es geht jetzt halt in dieser Frage um die BW-Videos. Jetzt springe ich einfach auf ein Bett und springe runter. Und ja. Und fast noch vergessen, wir gehen einmal kurz auf den Revy inside of the Cloud-Server. Noch eine positive Wettung, wenn es euch gefallen hat und ciao. Ich bin jetzt auf die BW-Videos.